Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf MaverickTV. Mein Name ist Maverick Berlin und ich dachte mir folgendes. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Corona-Krise, da ist momentan, momentan das Paraknapp. Und jeder will Geschenke kaufen. Jeder braucht ja für wen auch immer Geschenke für Weihnachten. Und da dachte ich mir, komm Onkel, mach doch was für deine Community. Und ich habe ein Format entwickelt, das nennt sich Road from 20 Euro to 1000 Euro. Und zwar, meine lieben Sportsfreunde, wird es folgendermaßen jetzt dieses Format hier stattfinden auf dem Kanal. Ich werde euch zeigen und euch dazu führen, zu ein paar coolen Geschenken aus 20 Euro macht 10 Grüne. Wir werden das folgendermaßen machen. Ich habe 20 Euro aufgeladen, hier online. Und werde euch jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine stabile Wette präsentieren. Und eine sehr, sehr risikohafte Wette. Und zwar, die risikohafte Wette spielen wir nur mit einem kleinen Bruchteil, mit so 5% von unserem Einsatz. Und die stabile spielen wir volle Kanne mit dem Rest. Und wir werden uns dann vom Tag zu Tag steigern. Ich werde das natürlich statistisch hier alles einfügen, wie der Stand der Dinge ist. Und wir starten mit 20 Euros. Und das Ziel ist, bis Weihnachten 1000 Euro zu erreichen, Freunde. Jeder kann natürlich früher aussteigen, falls er sagt, mir reichen 300 für die Geschenke. Aber ich werde bis 1000 Euro durchziehen und ich zeige euch, dass es möglich ist, wenn man ein Fachmann und der Krasseste im Business ist, Freunde. Und zwar, die Hauptwette präsentiere ich euch hier gleich auf meinem Handy. Und die Risikowette spielen wir heute mit 2 Euro. Mit 2 Euro machen wir folgendes. Manchester United 0,1 Handicap 1 mit einer 1,71er. BVB 0,2 Handicap 1 mit einer 3,10er. Juve 0,2 Handicap 1 mit einer 2er. Und Lazio normaler Sieg mit 1,78. Da sind wir bei einer Gesamtquote von 18,87. Das zeige ich euch mal kurz. So sieht das aus. Wieder die Döpfchen, Baby. Mhm. Und die Hauptwette mit den restlichen 18 Euro, die uns momentan zur Verfügung stehen, vom Gesamtkapital 20 Euro. Spielen wir folgendermaßen. Sieg für Borussia Dortmund, Manchester United und Juventus Turin. Einfach drei glatte Siege. Wie ihr sehen könnt, ist die Gesamtquote 1,92. Und wir gehen mit 18 rauf. Wir fangen klein an. Müssen ja erstmal ein bisschen Kapital anhäufen. Und ich drücke hier Wette platzieren. Und die Wette ist platziert, Freunde. Die Wette ist platziert. Wenn dieser Schein kommt, der Hauptschein, sind wir bei 34,59, mit denen es dann morgen weitergeht. Sollte der Risikoschein kommen, da sind wir natürlich schon bei guten 70 Kröten fast. Das wäre natürlich schon mal ein fantastischer Start. Aber ich gehe davon aus, dass der Safe-Schein kommt. Und dass wir dann natürlich schon morgen sehr stabil weitermachen können, meine lieben Freunde. Einen Augenblick. Ich zeige hier nochmal. Ja, ich bin jetzt wieder so perfekt. Ja, sieht alles gut aus. Alles top, Freunde. Genau. So gesehen, Freunde. Kontostand ist jetzt wieder 0. Die 2 Euro Wette habe ich schon davor platziert. 20 Euro sind investiert. Alle, die sich dieses Format jetzt bis Weihnachten wünschen und sagen, wir reißen hier richtig ab. Gebt mir einen Daumen hoch, Freunde. Zeigt, dass euch das Format gefällt. Und dass ihr hier mit mir jetzt richtig durch die Decke startet bis zu Weihnachten. Und dann, Freunde, wird es ein paar Fuffis regnen. Denn wir werden hier richtig mit diesem Format durchjagen bis Weihnachten. Damit der Weihnachtsmann auch bei jedem Einzelnen mit einem vollen Sack Geschenke ankommt, Freunde. In diesem Sinne. Dankeschön, dass ihr dieses Format unterstützt. Wir gucken, wie weit wir kommen. Und ich hoffe, wir haben heute einen gelungenen Start. Peace outa und ratata. Katata. Macht die Geldzählmaschine. Yeah.